Weil ich ja immer jeden Tag davon ausgehe, dass Schodi online kommt, macht er aber dann nicht. Was ist das wirklich? War das nicht das, wovon du letztens die Regeln erzählt hast? Ach stimmt, ja genau. Weil seitdem Schodi so meint, die Seltenheit, dass er kommt, könnte immer größer werden. Oh Gott! Ähm, müssen wir natürlich eine andere Spielkamera suchen, ne? Das ist natürlich ganz klar. Ne, da brauchst du auch gar nicht so gucken. Oh, das war schlauer, ja. Two-Hit, Alter. Der hat sich Safecode hier irgendwo eingegraben. Wo ist der? Au. Das Ding ist, weißt du, da waren welche? Wir hatten einen neunstöckigen, komplett zugebauten TNT-Schutz, ja? Neun Stöcke. Mhm. Neun Stöcke, A3-Blöcke hoch. Und die haben einfach so viel TNT gehabt, dass sie uns den komplett weggesprengt haben, Alter. Hattet ihr irgendwie ne Map mit Mitte? Nein, die haben uns den komplett weggefickt, Alter. Ich glaub das war auf Wash, oder? Blackfake hat mir ne Partyeinladung geschickt. Nein, sag ihm, ich komm sowieso auch gleich. Ja, ich hab erst mal angenommen. Mhm. Die gehen doch sowieso mit dir jetzt ins FCB. Ja, ich hab doch erst mal angenommen, weil... Weil... Ich noch eine Runde spiele und danach sowieso online komme? Das ist richtig okay. Ja, wieso, ich bin doch selber neuner Runde. Achso. Deswegen macht das auch keinen Unterschied. Hä? Das weiß er doch nicht. Keine Corp-Webs? Gar nicht, Alter. So, noch insgesamt drei Wichser, die getötet werden wollen. Und ja, ich nehm diese Runde einfach nur auf. Weil ich wieder Minecraft-Runden brauche und nichts habe. Weil ich ja immer jeden Tag davon ausgehe. Achso, die online kommt, mach das aber dann nicht. Kommst du mit? Ist ja super toll. Klasse, ganz große Klasse. Oh. Ähm. Angel? What? Du, du haben? Nicht? Okay, alles klar. Ja, pass auf, ne? Ich hab keine Corp-Webs. Um dich diesmal zu salen. Was ist lustig? Das Mädchen hat richtig lustigen Laufweg. Ich kenn die so tot vor Spam. Okay, los. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ein Dehner, Alter. Gut, dann hol ich mir den in der Mitte auch durch. Hast du ein besseres Schwert für mich? Weil ich hab nen Ender-Petter. Kann, kann, äh, do you can give me this? Nicht? Okay. Indische Mitte. Ey, kannst du mal Blackfake hier rübermoven? Blackfake? Ja. Okay. Ja, ich move die gleich hier rein. So, das war's mit der Aufnahme. Schließ, Leute, Fabi. Ich darf dich doch drin lassen, oder? Ja, von mir aus ist mir doch egal. Okay. Du bist nicht der Aufnahme. Herr regulations. дополнos kannst du ganz aufhören. Du bist eine Aufnahme. Du bist nicht der Aufnahme. Du bist nicht der Aufnahme. Das ist kein Aufnahme. Du bist nicht der Aufnahme. Du bist nicht der Aufnahme. Du bist da aufarmee. Du bist nicht der Aufnahme. Und dann halt auch links. Ich bin der Aufnahme. Bis zum nächsten Mal.